Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Minecraft Skywars, wir spielen alleine 8x1, fantastic, die Map war kurz weg, da sie irgendwie weggebugt ist, keine Ahnung wie das geht, aber ich hab mal beim Forum vorbeigeschaut gefragt und die haben gesagt, ja war nur ein Bug, die sollte jetzt wieder da sein und sie ist wieder da, das finde ich schon mal so. Dann zweite Sache, alle meine Videos, die ich bis jetzt eigentlich aufgenommen habe, waren in 50 FPS allerdings, ja kam irgendwie mein Schneideprogramm nicht ganz so gut darauf klar, dass sie in 50 FPS gerendert waren, beziehungsweise aufgenommen waren, aber es wurde halt nicht in 50 FPS gerendert und, hallo, dadurch sahen die letzten Videos einfach nicht so toll aus, wie sie hätten aussehen können. Ist schade, aber kann ich jetzt auch nichts mehr dran ändern, deshalb tut's mir auch leid. Vielleicht habt ihr ja da ein paar Tipps, aber das hatte ich ja schon mal angesprochen, anscheinend gab's aber keine und, ja. Ich werde auf jeden Fall mal im Internet schauen, aber ich denke nicht, dass da jetzt irgendwie groß was steht, es sind ja, er wird einfach von hinten weggenatzt. Das sind ja immer unterschiedliche Sachen. Oh, wir haben Holzfäller gekillt, nice. Hm, ja, ich weiß nicht, das kann eigentlich nicht am Dateitub liegen, denn mit OPS das MP4s ausgibt. Oder MP4, egal. Ähm, hat's auch nicht geklappt. Sprich, liegt nicht an den AVIs. Alter, war das knapp. Alter, Schwede. Ah, Mann, dass ich immer ins Inventar gehe. Ich geb ihn mir einfach mal. Hm. Also, das liegt sicher nicht an dem Dateipfad oder was auch immer, wie das heißt. Hier ist einer. Ja. Ich bin voll iron. Mal gucken. Ja, wo ist der? Hä? Der war doch einer. Da drüben ist einer, den Imtec hab ich gesehen und da ist einer. Wahrscheinlich ist der neben mir auf die Insel gegangen. Okay, den haben wir. Oh, shit. Unbreaking-Schwert. Ist das ein TNT-Spastiger? Ja, okay, ich hab das letztens auch gemacht. Aber. Okay, ich hab mich nochmal gerettet. War's ja jetzt nicht die schlauste Rettmethode. So. Hat der keinen Bogen oder so? Anscheinend nicht. Soll mir recht sein. Und zieh ich meine Feather-Falling-Schuhe an. Und mach einfach ein Jump-High. Bam. Und wir haben gewonnen. GG. Wenn ich jetzt gewinne. Lass mal ein Prositiv. Da habt ihr vielleicht Tipps. Schreibt sie in die Kommentare und bis bald. Dann prob es doch nicht einfach drauf. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann.